Dann siehst du das. Ach so. Oh hier ist ein Gegner. Ah ne das ist doch ein Gegner. 30 Sekunden. Hier ist ein Gegner. Oh das war falsch. Das war richtig falsch. Die kommt durch. Fuck! Oh nein, oh nein! Wer nachladen muss im Krieg ist ein... Meistens der hat die Arsch gerade gesagt. Ihr Team gilt jetzt als abträuch. Ich wurde abtrünnig markiert weil ich den abgeknüllte hab. Ja richtig. Der lebt immer noch ne? Wollte ich nur sagen. Boah er hat mich erschossen. Ja jetzt ist das hier. Rette mich wer kann. Aber wisch ich den denn nicht? Oh nein ich bin jetzt in den... Hilfe Hilfe Hilfe. Äh Crazy, rettest du mich kurz? Geht grad nicht. Rivano. Da bist du in dem Wind im Gefecht. Ja aber ich bin fast tot. Also wär schon wer nicht. Oh fuck! Ja der hatte ich auch gleich. Guck mal weg da. Wo ist denn der? Danke. Bitte. Mega cool. Gibt der noch? Na klar gibt der noch. Wir sind mit 3 mal in Deckung also. Ja jetzt haben wir. Neutralisiert. Rang 4 hab ich hier raus. Alter wir waren zu dritt und der alleine. Wir haben so lange gebraucht. Wir haben natürlich den Heli verpasst. Na klar hat der einen höheren Level. Echt? Da wer Heli verpasst? Äh logisch. Äh logisch. Äh logisch. Der kommt kurz und haut wieder ab. Mega geiler Heli eh. Na super. Dann lass uns doch mal weiter rumziehen hier. Ja. Ja. Und auf Deutsch. Da hätten kommt was. Da hätten kommt was. Da hätten kommt was. Nicht feindsinniger Agent. Nicht feindsinniger Agent. Oh. Das ist doch schwierig. Das ist doch schwierig. Oh ja. Klar. Das ist so Darksohn mein. Hier wird niemand. Und hier ist ein äh nicht feindlicher Agent ist jetzt gestorben. Das ist so Darksohn mein. Hier wird abgeknallt was heute vor der Flinte läuft. Wer hat das? Ja außer wir selber. Das ist wie mit Daisy. Ich hab hier irgendwie ein Symbol auf dem Kopf stehen. Äh 3 70 Sekunden dann hab ich das auch. Was? So nen Totenkopf oben auf dem Kopf. Hast du? Ja. So lang sind wir wahrscheinlich. So lang sind wir wahrscheinlich noch abtrünnig oder so. Weil wir den gekillt haben jetzt. Was sind das hier schon wieder? Ah wieder kontaminiertes Zeug hier. Okay. Boah. Er hat mich getötet. Der hat mich getötet. Hilfe. Wieso lässt du dich töten von dem? Wieso lässt du dich töten von dem? Ja. Der hat mich getötet. freundlich gesinnt hat mich abgeschossen in einem Schuss. Der rafft es einfach nicht. Da gibt es keine freundlich gesinnten. Ach so. Sie verlassen jetzt das Kontaminierte. Ja tötet den mal bitte. Könnt er mir aufhelfen? Du bist tot. Du bist ganz tot. Wenn du tot bist dann bist du tot. So. Und jetzt komme ich nicht mehr wieder. Nö. Neustart doch. Nee kommst du nie wieder. Nee kommst du nie wieder. Nie wieder. Kannst du das Spiel zu verkaufen. Das verstehnte. Die Lavaköppe ey. Wer was denn? Du dich allen nulllässt alter ist zu hart ey. Der war fein. Der war freundlich gesinnten. Da hinten ist Rwano. Boah weit weg. Ja du startest wieder am Dings. In der normalen Welt. Hab ihn nochmal aufgefüllt. Aber ohne Mist. Ich bin hier nicht mehr rausgekommen. Also ich weiß wie es reinging. Aber nicht wie es rausging. Du bist bestimmt ein bisschen rausgefallen oder? Boah aber geil gemacht wie du das Portal dann nicht lämst. Nee du hast ihn da raus. Das ist dann dicht. Das steht dann da in der Beta nicht verfügbar. Stand da bei mir. Ja. So. Mega geil. Da seid ihr. Aber hier ist was. Ja. Schon grad gesehen. Aber. Nee das ist immer Haus drin. Hier kommt ein Heli. Heli. Also ich freue mich wenn die Vollversion rauskommt. Merz hast gesagt ne. Ja. Lange warten noch. Viel zu gruselig. Wo ist der Heli? Oh ich bin schon wieder rausgeflogen. Fehler. Die Division Dienste stehen zur Zeit nicht zur Verfügung. Okay für mich reicht. Also irgendwie hast du ein Problem. Ich hörts auf mit dem. Oh ihr habt ein bisschen was gesehen von der Dark Zone. Alles andere meine lieben Freunde. Au 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 au. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Achtung. Deshalb bin ich hier hin. Deckung. Halt doch mal die Klappe. Ich hörts auf mit Aufnahme. Ich bin jetzt noch ein bisschen so dabei. Und dann ist gut. Der Typ ja. Da kam den Holmer ins. Doch. Der rennt hier rechts. Mein abtrünniger Status ist nicht mehr aktiv. Der war doch grad hier. Ist der grad hier lange laufen. Bestätigt. Abtrünniger Status ist nicht länger aktiv. Ach scheiße. falsche Taste. Schlepper. Da hinten läuft er. Sehne. Ich bin jetzt mal dann weg. Also bei mir läuft er nicht mehr rein. Ist eh jetzt halb. Ich bin mal raus. Ich weiß nicht ob er noch länger macht. Ich starte nochmal bei dir. Ich mach das nochmal an. Und war richtig cool. Auf jeden Fall. Wo ist der? Dann bin ich jetzt weg. Ja? Ja. Alles klar. Ciao. Ciao. Wo 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 wo. Und von der Seite. Ach du Sau. Die sind nicht allein. Hier sind zwei. Fuck. Nachhaltig. Alter. Das ist geil. Definitiv. Cool. Macht echt Spaß gerade. Also. PvP war noch nie so lustig. Oh fuck. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der ist ein Matsch, ist ein Matsch, ist ein Matsch, ne? Nein. Doch, einer ist Matsch? Ne, ne, sind alle beide noch da? Oh, fuck, ich bin gleich Matsch. Heilig. Ach, stimmt. Oder noch hier? Ich habe keine Munition mehr für. Dann wechsel. Oh, fuck. Alter, wer hat denn jetzt die Granade dahin gewirkt? Ja, ich. Boah. Ich rede mal zurück, ich rede zurück, ich rede zurück, ich rede zurück, ich rede zurück. Pass auf, hinter uns kommt noch jemand. Ersthaft. Fuck. Ihr macht mit uns. Achso, okay. Das ist gut. Ich habe erwischt, glaube ich. Ich habe zumindest Punkte gekriegt. Oh, ja. Warum? Ihr Team gilt jetzt als Abtrünnig. Wie geil. Hallo, das ist geil. Ja, das hat jetzt echt Spaß gemacht. Wenn wir jetzt gemein wären, würden wir den jetzt abziehen. Wichtig. Wichtig. Wollen wir? Wollen wir nicht? Wollen wir, wollen wir nicht? Bist nicht so ganz super so Arschlöcher? Alter! Was machst du denn? Ich werde zum Arschloch. Ein Agent verlässt jetzt ihr Team. Ein Agent verlässt ihr Team, logisch. Wo ist denn der jetzt? Der red hier vorne. Der ist jetzt abgehauen? Oh shit. Krass. Kann sich die auch hinterher noch mal angucken. Ja, das ist richtig. Oh, das ist noch einer. Alter, was ist mir los? Was denn? Guck mal, das ist auch eine mit dicken Energiebalken. Genau vor dir. Genau vor der Nase. Hier die KI. Und halt hier den menschlichen. Wahnsinn. Wollen wir den menschlichen jetzt eigentlich killen oder was machen wir damit? Den habe ich schon gekillt. Ne, da hast du hier. Ich habe gerade 300 Punkte gekriegt. Ich habe mich geschlagen, die Sau. Ach, das tut. Du schwein. Bis auf, da ist noch einer. Ist mir doch egal. Hinter dir mein ich. Ach so, das kriegt nur der, der es einsammelt. Okay. Also das, das habe ich jetzt nicht gekriegt, weil du es eingesammelt hast. Okay. Okay, das ist einer von denen von uns, die wir abgeknallt haben. HKS 713. Ja, ja. Ah, mein Arsch wieder. Wollen wir uns jetzt echt gegen die wieder zur Wehr setzen? Fürs Wissen machen. Gute, dass ich meine Visiere drauf habe. Gute, dass ich meine Sniper Visiere überall drauf habe. Alter, das ist geil. Die trauen sie aber auch nicht, aber auch der Typ. Traut sich nicht. Hm. Das weg. Getötet. Ach so, der war tot. Ja. Okay, krass. So, jetzt mal erreicht. Jetzt mal zu dem coolen, okay, die Daxe, das jetzt mal für nebenbei immer mal lustig, aber ewig zocker kann man das, denke ich mal auch nicht. Ja, es ist, es sollen ja auch Modi reinkommen, also richtige PvP-Modi, hier sind halt keine Modi jetzt drin, ne. Also sprich, dann wird dann auch sowas wie, wie Captured the Flag und so, also so habe ich das zumindest mitgekriegt, dass da auch Modi halt kommen soll. Ich vergesse mal, meinen Scanner anzuschalten, ey. So, das hast du jetzt nicht bekommen, oder was? Äh, nur ein Teil davon. Ach, scheiße. Ich vergesse mal. Hier drüben ist er noch. Hier ist ein Leiter. So. Wo ist er? Boah, Alter, was ist denn hier zu knühen, Lars? Erwischt. Achso, mir ging es bloß nicht gut. Mein Gott. Da läuft einer. Was ist los? Ich sterbe. Was ist los? 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 Na, mich hat für dich umgerutscht. Oh, hinten, hinter uns. Ah, zwei Stück. Wie geht's los? Komm, löst abholen. Boah! 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 Ne! Nein! Das hat mich abgeknüllt. Scheiße! Alter, der schießt durchs Auto durch! Boah! 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 Das ist Feieramt. So, bin wieder da. Wo bist du? Ja, hier! Na, warte, jetzt. So, ich komme zur Rettung. Vielleicht. wieder zur Rettung oder ich sterbe. Komm schon, warum sammelt er das nicht ein? Mein Inventor ist bestimmt voll. Nein, nicht. Krass, ich habe keine Munition mehr. Ja, da, der haut ab! Alter, was ist hier los? Ach, 6 von 6, wir müssen jetzt zum, jetzt müssen wir zu dem Hubschrauber, äh, Platz. Nein! Heller, ich bin schon wieder tot. Nöchtet? Ja. 6 von 6 Bergungsgegenstände, jetzt habe ich das gerafft. Du musst, wenn du die Bergungsgegenstände voll hast, musst du erst mal abhullen lassen. Komm! Hopp, 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 hopp. So! Warte, hier ist was los. Ich will erstmal irgendwie zu dir kommen. Weißt du, Onkel? Was? Was ist denn hier los? Hier ist der dritte Weltkrieg ausgebrochen Agent, ich nähere mich ihrer Position Hier ist wieder eine Kiste Erste Hilfe, Z So, ich komm zu mir, warte, Onkel, nicht abhauen Kleiner Heli, Heli ist Heli Hi Ah, man kann seine Beute hier ranhängen, okay 15 Sekunden Hä? Das kann ich nicht Das kann nur ihr Ich kann das nicht Na, weil du nix hast wahrscheinlich Wir können es jetzt an Bord holen Ich hab's berufen, hab's zu viel Oder? Kann ich das doch? Kann ich nicht Aua! Au! Aua! Ich schließe nie auf mich Abholung abgeschlossen Jawoll Oh, das war falsch Pistolen-Schalter von der Jacke, äh, eigentlich nur Mist Hm, okay, so funktioniert das hier in der, äh, der Dark Zone Das sind nur ein Teil der Dark Zone, ne? Darfst du ja nicht vergessen Und, ja, noch mal gucken Das macht echt nix, die Leute hier, ne? Hab's gedacht, die sind alle, die mich gegenseitig ab, aber... Nö? Ja! Es ist nicht schlecht, sag ich mal so, die Dark Zone, aber... Äh, die Story ist das Ding, was mich eher interessiert, die Dark Zone ist ja so... Ja, machen muss, zwischendurch, ne? Ach, das ist ja... Ach! Ich hab auf den Felschen geschossen Ihr Team ist dicht als abtrünlich gekennzeichnet Wurzeln Auch, au, 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 au Oh, fuck! Oh, fuck! gut das wird auch noch nicht jetzt abkündiger gestorben nix selbst auf die fresse gekriegt 30 sekunden worden ja das ist nachteilhaft ja okay ein virus ist ausgebrochen der über geld übertragen worden ist genau erklärt das noch mal schön ja okay wie ich bitte auf den jetzt 20 vor irgendwie sowas okay wir haben jetzt alles wir haben die mission gemacht werden neben mission gemacht wir haben die tags und uns angeguckt ganz echt cool spiel ich freue mich schon mega drauf und ja mal schauen wie es dann wird zum let's play das wird auf jeden fall ein titel werden zum let's play und ich würde sagen ich liege hier noch um ach so weil mal gucken ob du rauskommst aus der tags und das würde ich jetzt mal wissen dass ich habe weil wir jetzt wieder da aus uns also in der basis da wo es eingeht ich bin ja in der basis jetzt ich bin in der basis drin ich habe jetzt hier beim händler bin ich jetzt ja mal hier bin du zurück gehst wie du siehst das ist das meine ich einmal der tags und kommt mir raus du kannst nicht mehr die neben sich und jetzt machen ich bin ich du und kann warten werden und schon einig die sich nicht also so viel folgt als spiel okay ja da würde ich sagen man wird das blitzte mir schluss auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und das soll ich muss das bei ihr mit einem gewöhnt ist ob es auf dem Chat betrachtet schon klar aber es ist gerade es ist manchmal doch sehr ja man muss ein bisschen drauf achten auf spiel es ist halt kein twitch auf jeden fall war es sehr lustig vielen dank fürs zuschauen und let's play wird auf jeden fall kommen und ich werde jetzt ja auch bestimmt auf diesem kanal hier weiterhin viel stream weil wenn jetzt schon mal youtube das möglich ist dann werde ich das natürlich auch ausnutzen ja dann muss man nicht ähm externe accounts benutzen richtig und die qualität zuschauer ja besser und die qualität ist ja denke ich mal super oder also kann man ja eigentlich nicht meckern ich weiß es nicht ich guck's ja jetzt nicht an ich hab ja ja doch ich schon guck's ja die ganze zeit also ich kann mich nicht beklagen gut es ist nur 720p aber wie gesagt ich bin ja eh blind ich sehe da eh keinen unterschied ok also dann wir werden sehen wie es weiter geht also wir werden sehen was als nächstes kommt auf jeden fall dieses wochenende nächstes wochenende warte war das jetzt das wochenende das kommende jetzt am samstag gibt es wieder einen schönen live stream und zwar von ark und das wird bestimmt lustig ich hoffe ihr seid da wieder dabei und ja dann sehen wir uns da bis dahin tschau und weg jetzt 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 tschau und weg jetzt